Die Gastronomie in der Region steht für Qualität, Zuverlässigkeit und bestmöglichen Service. Doch die Rahmenbedingungen ändern sich und oftmals stellt sich auch das Nachfolgeproblem. Familienunternehmen Gastronomie, Tradition und Herausforderung ist unser Thema beim RTF1 PolitTalk. Mit Manuel Hagel, Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Daniel Ledeabal, Landtagsabgeordneter der Grünen, Claudia Leutze, Vorsitzende DEHOGA-Kreisstelle Tübingen und Max-Richard Freiherr von Rassler, FDP-Kreistagsabgeordneter. Es moderiert Roland Steck. Der erste RTF1 PolitTalk am Sonntag, 19. Mai, ab 18 Uhr, jede Stunde nach den Nachrichten auf RTF1. Der RTF1 PolitTalk wird Ihnen präsentiert von Hotel La Casa und seinem Restaurant Refugio in Tübingen. Untertitelung im Auftrag des ZDF1